hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren runde minecraft hardcore ich bin ein bisschen wie soll man sagen akku weil ich wollte eigentlich eigentlich wollte ich jetzt nur und zwar beginnt aufnehmen aber wie man das erkennt man wird am anfang direkt getötet oder verfolgt von solchen huren und das liegt nicht auf deshalb habe ich mir gedacht kommen nämlich einfach hardcore auf weil ich glaube da habe ja noch eine folge gebraucht und deshalb mache ich das jetzt hier und jetzt wie ihr seht hier und jetzt und aus dem habe ich jetzt das text der ob da war noch nicht fertig das text 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 über die kraft 64 weil ihr wisst euch daran gewöhnen denn ab weihnachten habe ich einen pc und war ein laptop eigentlich ich habe einen laptop gebraucht für die schule und so mit meinem pc ich muss jetzt viel immer öfters für die schule sachen abc machen und ihr hört wahrscheinlich schon im hintergrund mein pc hat seinen ruf laut zu sein fast verrecken weil er so laut ist und deshalb habe ich mit dem stelle bestellt der so einst ganz gut nach den Namen schon erwähnt glaube ich ja es ist erst bei der v5 das wird uns ankommen sind alles ging es flachen 2 cm perfekt eigentlich und die die kann abzutunwärtig aufnehmen oder ich bin ich auch mit dem hier, also Hardcore werde ich wahrscheinlich dann, muss ich ja auf dem anderen PC, muss ich nicht, aber ich kann, aber werde es auf dem anderen PC machen, weil es mich einfach ankotzt, unter hinten ist ein Creeper und die Creeper werde ich jetzt ein bisschen penetrieren, aber ich habe, okay, ich werde mein Wort zurückziehen und werde sie nicht penetrieren, werde mir erst ein wenig neues Equip machen. Hol, Stick, Holz. So. So, noch da, drei Hände, da noch ein Schwert. Ich will, packe ich mal so rein, und jetzt gehe ich anderthalb, penetrieren, vor den Creeper, die spawnen. Ja, also, es hat mich eben richtig abgefuckt, ich habe 150 Punkte verloren, bei drei Versuchen aufzunehmen, und ich war über die 2000, hat mich echt gefreut, dass ich über die 2000 bin, weil ich bin immer so einer, der, nicht so viele Punkte aufreifert hat, aber 2000 ist ja schon eine Marke, für mich, für andere Leute ist 2000 nix, aber ich kann nicht allein, also, werde ich oft getötet, sagen wir uns, ja getötet, und dann muss ich halt überlegen, vielleicht mache ich immer was mit zusammen, vielleicht auch, muss man auch gucken, zusammen mit dem Julien, dem Megasuchti auch genannt, grüßt an dich, du Ficker, vielleicht, ich frage mal, ob er darauf Bock hat, mit mir ein wenig Survivor Games aufzunehmen, und ein neues Format für meinen Kanal, oder auch für seinen Kanal, wie er möchte, sie haben ja einen Gemeinschaftsnach, aber, ob er Bock hat, da sowas zu starten. Ja. Das war's, und ich laufe ja gerade sinnlos in der Gegend rum, aber Hauptsache, ich habe was erzählt, denn, erzählen, es ist immer gut. Ich bin am überlegen, also, ich bekomme bald 60k, habe ich meinem Vater eben abgeklärt, ich kriege krasser Bänger, und, dann, kann ich vielleicht öfters hochladen, so Sachen machen, und da habe ich mir überlegt, schon ein paar neue Formate über zu machen, weil, ich habe ja, nur Hardcore, und das ist ein bisschen dumm, nur ein Format auf meinem Kanal zu haben, das ist, muss ich überlegen, ein Format, auf dem Kanal, das ist nichts, ich habe mich überlegt, ein oder zwei mehr zu machen, und, da wäre eins, irgendwas mit, wo man auch ein bisschen lustig ist, und nicht so lange, weil der einfach nur rumläuft, so wie gerade jetzt, wo auch ein bisschen, wo man auch Sachen, über Sachen lachen kann und so, und, da habe ich schon was, im Kopf, das habe ich aber nicht, jetzt nichts weiter verraten, und, das seht ihr einfach, wenn, es hochgeladen wird, und die Folge online ist, aber ich finde, die Idee ganz gut von meinem Vorhaben, also lasst, euch einfach, überraschen, und ich, eher, zerfüllt, Natur, davor, hol ich mir noch ein bisschen Holz, さん besser ist, wenn Komponenten kommt, stand, Wджat, müssen wir noch machen, Kokotz schnäht, Leck mich st Bouchn ¡Zyka-Li! dass da weg was weiß ich noch drin. Aber noch Essen dabei. Da mal genug Holz. Und auf... G-g-g- geht's. Dann ab die Leiter herunter. Und... Hart... Fahnen und mit Kapps Knopf angemacht der Kassel Kassel und ich mache es auf die Steinspitze kaputt aber ihr könnt genau da Kassel-Moros mit dass er so viel erstens nach aber ich finde das für ein 60er Ticket mit einst du ganz hübsch 2 das ist das hat Prozent und anfangs hat nicht mehr so viel mit mir zu tun mein Gott ist er verpixelt da in das hier auch schon als dass man schon auf die Pixel trennen ich bin seit einer Spitze gewesen verpixelt ist wegen dem 416 460 Toren an sich finde ich das täglich sehr schön wenn er noch andere Tichterpicks ausprobieren will er noch ein Review machen über Tichterpicks ich bekomme den Aufnahmen so viele Ideen das ist immer aufnehmen da kriege ich immer so viele Ideen das ist mit dem Reviews mir gerade eingefallen kann ich machen Tichterpick Review kommt auch noch weil es Tichterpick ich benutze als festes Tichterpick in meinen Aufnahmen da könnt ihr einfach entscheiden vielleicht könnt ihr einfach in den Kommentar schreiben 1 2 3 oder 4 oder 5 oder 6 oder 7 kommt drauf an welche Tichterpicks ich nehme aber das kommt alles noch wenn es kommt da werdet ihr noch alles informiert das war ein sehr sehr grammatik richtiger Satz und zwar da werdet ihr bald was jetzt habe ich es vergessen was ich gesagt habe bin ich in Hurensohn ohne witzig ich bin so dumm egal danke Raum wir mal weiter farmen 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 und ja da ist ein eine Höhle krass war ich aber schon okay dann machen wir das ganz einfach so wir graben uns einfach so weiter weg das kommt weg ah ja genau ihr werdet wahrscheinlich jetzt schon sehen in der Beschreibung das ist jetzt AskFM habt ihr könnt mir da Fragen stellen was ihr wollt wenn alle beantwortet und ja das ist das zu AskFM da könnt ihr gerne draufkleben kostet nix tschuldigung äh jo dann geht's weiter farmen 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 tup 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 ach jetzt ist die auch kaputt gegangen dumm dumm so und dann hier ah ich hab noch eine andere Spitzhacke dabei stimmt ich glaub das wär auch schon die neue dat wär ja fatal okay das war's mit der Folge ich bin jetzt schon rum äh und dann sehen wir uns beim nächsten Mal haut rein Leute tschau